herzlich willkommen zur zweiten folge class torio 2 so wollten wir mal schauen dass wir die ganze geschichte am besten mal hinsetzen 20 kW uff ok 20 kW ist natürlich ein bisschen arg wenig dann brauchen wir glaube ich mal ein paar Schumas, weil ich bin der Meinung dass das Ding hier ich dachte zumindest dass er es schon gut sehen kann dann brauchen wir auf jeden fall noch zwei und wieder ran können wir schon die Kamera brauchen ich glaube die wollen wir nicht zumindest nicht freiwillig einmal schön hier durch den ganzen Wald Immer schön, welche Weg machen, ganz wichtig. Ja, vor allem, wir brauchen hier richtig extrem viel Holz und das wird ja mal richtig witzig. Okay, so, das ist jetzt, den nehmen wir noch mit, das ist jetzt erledigt. Live-Arm-Teil. Ja. Eisen. Ja. 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 Das ist ein ganzes Gerät. Könnt ihr loslegen. Weitaus bin ich schon. Also wirklich weitaus in den Strom. Tump-Maschinen. Shifty. So wir wollen ja. In die Richtung. Das wird schon schwierig genug werden. So. Dann wollen wir da nochmal 3. Das sind 7 Minuten. Und das sind 3,5 Stunden. Das müssen wir so machen. Es ist die Frage. Wenn wir dann mal so weit sind, dass wir hier Punkte oben haben. Macht das dann mehr Sinn zu sagen. Wir nehmen Abo Tempo. Weil mit dem Abbau kommt man nicht relativ schnell hinterher. Das können wir auch vorstellen. Oder macht das mehr Sinn zu sagen. Pass auf. Scheiß auf Abbau Tempo. Wir brauchen den Crafting Speed. Ich würde jetzt im Moment erstmal dazu tendin auf Crafting Speed zu gehen. Wir brauchen den Crafting Speed. Wir brauchen den Crafting Speed Speed. Wieso gibt es keinen XP für CP? Und... Så gibt es auch mal so nicht. Ja. Ich spüre dich ab auf dem Felsenbrunnen. Hm, okay. Ich fahre doch nicht. 53 Minuten. 49 Minuten. 49 Minuten. Ah, elektrische Herzfilter gibt es jetzt da. Na, ich sage mal, die Kohle, die baut schon gut ab, da. Dann gehen wir mal nach hier weiter. Ach stimmt, dann kriege ich ja auch XP durch Research. Alles drin. 24 Stunden? Was? Guck mal, 278. Hey. 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 Da können eigentlich die 143 da ruhig mal durch zwirbeln. In der Zeit schaffen wir hier nochmal wieder ein bisschen Platz. U62. U63. U62. 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 Sieben Minuten. Du da weg. Und du da wieder hinten. Ich schiebe es halt immer weiter hinten. Und spätestens dann, wenn wir keine Flasche mehr haben. Ich schiebe es mal, ich schiebe es mal, ich schiebe es mal. Genau. Hat er aber nicht. Hat er nicht. Ich habe mir auch vier Stunden Zeit, bevor ich mich hier ums Neu-Code bekommen habe. Passt fünf Minuten ja schon. Sechs Minuten. Vier fünfundreißig. Ich schiebe es mal noch welche. Also Dünnbeminnung noch. 40, 40, 70, 80, 100. Und mit 100 nochmal. Eigentlich brauche ich 15, 15, 17 würde ich es fast brauchen. Nicht 10, nicht 7, sondern 17. Und mit 10. Und mit 10. Und mit 10. und mit 10. numbersidemann. Und mit 10. Und mit 10. Und mit 10. scheint hier echt am eisen die sind voll ich glaube kohle kommt es auch genug ein das eisenwald duckel höher und dann würde ich leider schon wieder sagen haben wir ja bis zum nächsten mal tschüss